Die Gesellschafterin Maria Elisabeth Schäffler-Thumann begrüßte auf dem IAA-Messestand Dr. German Hacker, Bürgermeister von Herzogenaurach. Vom Schäffler-Messeauftritt mit dem gläsernen Auto war Hacker sichtlich beeindruckt. Ich habe einen ganz hervorragenden Eindruck. Es ist schon mal schön, hierher zu kommen und die Helligkeit zu sehen des Standes. Das Modell, das man im Hintergrund sieht hier am Stand mit dieser tollen Präsentationstechnik. Also wirklich Chapeau für die Art und Weise, wie sich Schäffler hier präsentiert. Und natürlich ist es auch inhaltlich toll zu sehen, welche Innovation man einfach hier vorfindet. Respekt und ich komme immer wieder gerne hierher.